Der Corona-Virus macht auch vor den Stars und Sternchen nicht Halt. Schauspieler Tom Beck hatte sich im April während der Produktion der Musikshow The Masked Singer mit Covid-19 infiziert. Nun berichtet er, dass er bis heute an den Folgen des Virus leide. Er könne auch sieben Monate nach der Infektion nicht richtig riechen. Besonders bei Duschgels habe er Probleme, berichtet der Schauspieler. Die riechen alle irgendwie anders. Vielleicht kommt das auch irgendwann wieder. Aber ich finde es wirklich erschreckend und erstaunlich, wie sich die Infektion bis heute auswirkt. Insgesamt, sagt er, sei sein Geruchssinn zu etwa 95% wie vorher. 4% der Dinge riechen für ihn anders als zuvor und 1% könne er gar nicht mehr riechen. Über die Symptome, von denen Tom Beck berichtet, sprechen auch viele andere Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben. Und das zeigt noch einmal umso mehr, wie wichtig es ist, den Virus ernst zu nehmen und sich an alle Regeln und Maßnahmen zu halten. 1. 2. 2. 3.